Hallo Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin auf der Forsthof Alm, dem Holzhotel und ich sage, wir starten erstmal mit einer Roomtour. Unser Hotel ist in massivem Montholz erbaut, ökologisch, leimfrei, metallfrei. Du erlebst bei uns im Zimmer eine Mischung aus sinnlichen und stylischen Monen. Man schläft sehr gut, der Holz fördert den guten Schlaf und stellt einfach die perfekte Verbindung zu unserem Nature Style Hotel dar. In unserem Sky Spa findet man neben unserer tollen Hoftopterrasse und unserem tollen Pool drei verschiedene Saunen. Wir haben ein paar finnische Sauna, eine Bio-Sauna, beides mit tollem Blick in die Landschaft und zu den Bergen. Und ein Dampfbad, verschiedene Ruhebereiche, auch wieder mit verschiedenen Themen und tollen Blick in die Natur. Also nach dem Motto Be Yourself freue ich mich, dich auf der Alm zu begrüßen. Du erlebst hier eine Kombination aus Natur, Genuss, Nachhaltigkeit, gefahrt mit Lifestyle und Glamour. So, wieder ein ganz ganz toller Aufenthalt geht zu Ende. Der Almhof, das Holzhotel ist natürlich der Hammer. Also auch für die Veganer unter uns, es gibt hier richtig tolle Speisen, vegane Speisen. Nachmittags das Buffet mit veganen Kuchen, also wirklich toll. Hier merkt man, hier ist ganz ganz viel Liebe zum Detail vorhanden und man fühlt sich wohl. Und was ich sagen muss, es sind eines der besten Betten, die ich hatte, also wirklich traumhaft. Sie sind ein bisschen hart, aber ich mag das ja und ich finde das herrlich. Wunderbar geschlafen die Tage, also das ist schon ein riesen Pluspunkt. Spa, top, habe ich aber nicht anders erwartet. Die Massage, göttlich, mit den eigenen Ölen noch dazu. Tolle Idee, tolles Treatment, eine schöne Geschichte. Der Pool, optimal, hat richtig Spaß gemacht. Und die Aussicht, ja, wir sind über 1000 Meter, die Aussicht ist schön mit Blick auf die Berge. Gerade jetzt auch noch so, wo ein bisschen oben an den Spitzen Schnee ist, ist schon ein tolles Bild. Also der Sommer hier in den Bergen ist schon ein Traum. Ich muss zugeben, dass ich früher nicht so der Fan war, im Sommer in die Berge zu fahren. Ich war eher so der Winterberg-Typ, aber durch mein, dank euch besser gesagt, nicht durch mein Beruf, sondern dank euch, die mich ja immer wieder inspirieren, was Neues auszuprobieren, ist es ein ganz ganz tolles Erlebnis gewesen. Ich liebe es, ich finde es so schade, dass ich jetzt schon heim muss. Aber gut, das nächste Hotel wartet schon, deswegen abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, schaut einfach mal vorbei. Unten in der Infobox habe ich noch ein paar Infos zum Hotel und auch den Link dazu. Vielleicht ist es ja was für euch, würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Schreibt mir auch gerne eine Mail, wenn ihr Fragen habt oder auch in die Kommentare einfach. Dafür bin ich ja da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir am besten einen Daumen hoch, da noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.